Hi Ladies! Steffi hat mich gebeten ein Outfit zusammenzustellen, ein Party Outfit, was wirklich nicht normal ist, also quasi ausgewöhnlich und rot soll es sein. Und somit wie ihr seht, habe ich hier ein Outfit zusammengestellt, was perfekt für Steffi gemacht ist, um eine Nacht, eine Party Nacht zu erleben, die sie nicht vergisst. Aber noch zuvor, bevor ich in die Details verfalle, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb von Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Steffi, eins kannst du dir sicher sein, mit diesem Outfit wirst du eine Party erleben, wie du sie noch nie erlebt hast. Und das kommt einfach nur daher, weil ich hier dir zu 100% deine Wünsche erfüllt habe. Ich habe hier ein wunderschönes, rotes Kleid herausgesucht von der Marke Mink Pink. Und das komplette Kleid ist mit einem samtischen, blumenfülleralen Muster überzogen im Bock-Cut-Style. Das ist, ja, wie soll ich das mal erklären? Das Kleid ist sehr, sehr luftig zu tragen, perfekt geeignet, wenn du in der Disco oder auf Partys sehr viel tanzen möchtest. Das hast du mir ja gesagt und somit hast du schon mal das Schwitzproblem beiseite getan und kannst dich komplett auf die Party konzentrieren. Und den Tragekomfort, dadurch, dass das so ein sehr schöner samtischer Stoff ist, trägt es sich ja einfach wirklich wunderschön. Und sexy ist es einfach, weil es hat einen richtig schönen, deriierten Schnitt und der Dreiviertelarm ist an den Armen transparent gehalten. Und am Körper ist es natürlich blickdicht, aber durch dieses verspielte Dreiviertelarm, oben dieses schöne Dekoté und hinten der Reißverschluss, der schon ein bisschen provokant hervorkommt, wird dich auf der einen Seite ein bisschen adrett wirken lassen, aber auch für Spiel sexy, dass die Männerwelt ruhig ihre Fantasie spielen lassen kann und dann schön quasi mit dir tanzen. Und ich denke, bei diesem Kleid hast du etwas Außergewöhnliches, wo du diesmal im Mittelpunkt stehst. Aber du hast ja gesagt, du bist ein Komplettoutfit und da habe ich dir natürlich ein paar Accessoires dazu rausgesucht, die wirklich perfekt dazu passen. Und da habe ich dir hier einen Schuh herausgesucht, besser gesagt, ein Ballerina von Funch Connection, der wirklich wie gemacht ist für dieses Kleid. Denn du siehst, der Schuh hat diesen gleichen Cut-Style, dass der Fuß schön atmen kann, auch nicht schwitzen. Und dieser Ballerina ist durchs Material und natürlich, dass er auch luftdurchschnittlich ist, perfekt geeignet, um die ganze Nacht durchzutanzen. Mal weg von den ganzen Pumps und Highheels, wirklich, dieser Schuh wird an deinen Beinen einfach nur sexy wirken und deine Füße werden nicht müde. Unterdessen wirst du dadurch immer noch ein paar wunderschöne lange Beine bekommen, weil das Kleid relativ kurz gehalten ist und im gleichen Stil daherkommt. Perfekt! Aber es geht noch weiter, halte ich fest. Denn zu diesen Schuh und dieses Kleid empfehle ich dir diese wunderschöne City-Back, denn die Handtasche ist von Paus Boutique und wie du siehst, es ist ein Highlight. Und es passt wieder perfekt zu diesem Kleid. Es lässt diese rote-schwarze Farbe widerspiegeln, die sich eigentlich durch dieses Outfit durchzieht. Und das Geniale an Rot und Schwarz, es ist zeitlos. Du kannst dieses Outfit immer noch in drei Jahren anziehen und du wirst immer noch in sein. Und die Handtasche ist wirklich genial. Es passt genug rein. Es ist ein wunderschönes Material und sieht einfach nur herrlich aus. Genial, oder? Aber eins will ich hier quasi noch als oben draufsetzen. Denn, das nehme ich jetzt wirklich, denn es soll doch auch so außergewöhnlich sein, hast du gesagt. Und gut, ich denke mal, so außergewöhnlich ist es vielleicht nicht, weil das ist einfach der Trend zurzeit auch wieder und ich finde es einfach genial. Dazu ein wunderschöner Filzhut in Schwarz rundet das ganze Outfit nochmal perfekt ab. Und wenn du noch meine anderen Videos geschaut hast, habe ich dir auch vielleicht schon mal gezeigt, wie du mit Hutst du ein paar coole Tricks machst. Und beim Tanzen in der Disco oder auf der Party wirst du damit auch schön spielen kannst. Also du siehst erst mal damit genial aus und du kannst mit so einem Hut spielen. Beim Tanzen deine Bewegung unterstreichen. Es sieht einfach genial aus. Und wenn es dich doch stören sollte, wenn du es länger auf dem Kopf hast, zack, ab daneben. Also ein Accessoires, praktischer geht es gar nicht mehr. Also, ich denke Steffi, hier hast du ein Outfit bekommen, was einfach mal genial ist und fast alles im Sale. Und wenn ihr, wie Steffi, ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr ausseht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft keine solche wunderschönen Outfits mehr und die dazugehörigen Deals. Ist das ein Deal?